Wer ist da? Ich bin im Auftrag von Raïs hier. Ich soll hier was abholen. Hey Leute. Einer von Raïs Männern. Was mach ich bloß? Sag ihm, er solltet mir. Bleib höchlich, dann lässt er uns vielleicht in Ruhe. Oder schick ihn zu Gurge, der weiß sicher weiter. Bitte, wir wissen gar nichts. Sprechen Sie mit Gürsel, der wohnt über dem Laden. Das ist alles, was ich weiß. Bitte, tun Sie uns nicht. Gürsels Haus ist das Große in der Dorfmitte. Reden Sie mit ihm. Okay, servus Leute. Weiter geht's mit Dying Light. So, dann schauen wir doch mal, was hier alles so gibt. Ich hab mir noch so ein bisschen umgeschaut. Hier, denke ich mal, oder? Ja. Hey, Raïs schickt mich, um was für ihn abzuholen. Hier wirst du's nicht finden. Nicht in diesem Haus. Auch nicht in der Nähe des Hauses. Gürsel, an den musst du dich wenden. Okay. Nochmal mit dem Reden, oder was? Bitte, ich will keinen Ärger. Wenn du mit jemandem reden willst, geh zu Gürsel. Wohnt die Wandelharten. Ich hoffe mal, hier oben irgendwas machen. Hier, ah, okay. Hey, ist da jemand drin? Nicht zu laut. Das lockt die Monster an. Ich hab sie beseitigt. Aber verstärkt besser das Tor, je noch mehr auftauchen. Sie haben sie alle beseitigt? Allesamt? Raïs schickt mich. Sind Sie Gürsel? Ah, Sie arbeiten für Raïs. Das wär ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das reicht jetzt aber. Uns bleibt sonst nichts. Firkin, tu mir... Eila, bitte. Lass mich mit dem Mann reden. Du kannst uns nicht so behandeln. Firkin wird dir die Fresse polieren. Firkin, hau ihm eins aufs Maul. Eila, sei... Ich will keinen Ärger. Aber wir haben diesen Monat schon bezahlt. Ihr nehmt uns ja völlig aus. Das ist sowas von nicht mein Problem. Raïs will sein Geld. Also zahlen Sie jetzt. Oder ich sehe schwarz für Sie. Und Ihre Frau. Du machst uns keine Angst. Oh, Waffen. Halt den Mund, Eila. Okay. Hier. Das ist alles. Ein echter Kerl hätte ihn fertig gemacht. Ich gehe dann mal. Sie haben anscheinend größere Probleme als das Geld. Kann ich hier rein? Penner. Tu mir dir was oder tu mir dir nichts? Okay. Ich hasse mich dafür, aber ich hab die Kohle. Der Selbsthass legt sich irgendwann. So, jetzt musst du nur noch zur Fährstation beim alten Pier. Es gibt eine Fähre? Die gab es, bis die Marine den Kahn versenkt hat. Dutzende Leute sind da gestrandet und warteten auf eine andere Fähre, die niemals kam. Sind denn noch Boote dort? Ja, aber jedes Boot, dass die Mucht zerlassen wird, wird sofort torpediert. Ich möchte mal Medi oder sowas mullbinden. Und Fertigkeitspunkte, Kraftstufe, was haben wir denn hier? Könnte mir da locker mal ein bisschen Medi geben hier. Ich schaue mir jetzt aber noch ein bisschen um hier, bevor ich hier gehe. Gibt es irgendwo solche Arzneischränke oder sowas? Victor, was hat der? Hey, ich hab dich rumlaufen sehen. Gehörst du zu den Typen vom Turm, oder was? Kannst du mir helfen? Ich habe seit Tagen weder gegessen noch geschlafen und bin einfach tot müde. Wie kann ich dir helfen? Ich soll ein paar Kranken die Arzneimung bringen. Ich würde ja warten, bis ich satt und ausgeruht bin. Aber dann wird das Zeug schon verdorben. Es muss schnell gehen. Hier ist doch aber ein Bett. Ah, hier. Okay, wie spät ist es jetzt? 14 Uhr, dann schlafen wir mal. Vielleicht ist meine Energie dann wieder voll, aber was ich nicht glaube. Oh, doch. Ich bin voll sogar. 125. Okay. Warte aber bis zum Tagesanbruch. Warum habe ich so viel Energie? 125 ist es in der Nacht? Ne, ist genauso jetzt. Alles klar. Okay, wir müssen sich erwischen lassen. Aber Mullbinden wären trotzdem mal nicht schlecht. Hier kann ich auch nicht rein, oder? Doch, hier kann ich rein. So ein paar Mullbinden, oder sowas. Hier ist es dunkel, ist hier gar nichts. Hören wir mal das Licht an. Okay, wir müssen die Aufmachung. Hier ist doch mein erstes Hilfenschrank. Oh, hier geht nichts. Oh, hier geht nichts. Tobias, was willst du? Was willst du hier? Ich bin Crane. Was machst du hier drin? Was ich mache? Was ich mache? Ich bin Tobias J. Becquen. Und ich entwerfe Waffen. Waffen zum Töten von Zombies. Gib mir mal hier was. Okay, ja, das klingt toll. Ich, äh, störe dich dann mal nicht länger. Nein, warte, warte. Geh nicht. Hör mal. Meine Ultrawaffe der Monstervernichtung ist fast fertig. Jetzt geht's an die Feinabstimmung. Dabei kannst du mir helfen. Ja, wie? Herausforderung. Ach, du Scheiße. Tja, wird's schon schaukeln. Okay. Fühlt sich, oder was? Dann machen wir doch mal. Okay, das machen wir aber gleich nochmal, wenn das nämlich geil ist. Probieren wir's nochmal. Ein bisschen dosierter, das Ganze. Und dann müsste es auch klappen. Oh, wie soll ich denn an brauchbare Daten kommen, wenn du nicht genug Zombies töten kannst? Verloren. Ja, kann ich das nochmal machen. Hallo? Tja, wird's schon schaukeln. Okay. Okay, also haben wir schon mal. Okay. 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 Alter, stirbt doch. Nein! Geh gleich da links rüber, was da besser ist. Geh gleich da links rüber. Geh gleich da links rüber. Ich glaube, die sieht nicht schlecht aus. Ben! Okay, jetzt? Jetzt geht doch nicht mal eine Waffe, oder was? Okay, da können wir gleich nochmal heier machen. Also meine Energie wieder voll ist, Leute. Vielleicht kann ich auch wieder eine Mission annehmen bei dem. Okay. Was war hier unten, ne? Hat der nochmal was für mich? Nee, der hat nichts mehr für mich. Gibt mir doch die Waffe hier, die ist doch nicht schlecht. Egal, ich würde sagen, wir machen doch mal, gehen doch schon mal in die Richtung. Machen wir doch schon mal weiter. Neue Wendigkeitsstufe, Fertigkeitspunkte, jetzt geht es aber ratzfatz hier. So, was können wir machen? Springen sie über Gegner hinweg, drücken sie um zu einem R1, wenn sie auf Gegner zurennen. Das ist doch geil. Holen sie etwas am Fährhafen ab. Dann wären wir hier an der Seite. Wir hatten uns da und wir haben gedacht, dass die Erde haben, weil wir so ein komisches. Du bist ein neues ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Sprechen Sie mit Morgen. Morgen ist hier drin. Ja, mit der Kohle, Bitch. Ist das bei dir anders? Also, ich will das Ganze hier schnell hinter mich bringen. Was muss ich tun? Muss ich echt darauf hinweisen, wie leicht es wäre, die Bude hier abzufackeln? Himmel, Herrgott. Ihr seid verdammte Monster. Da ist mein ganzes Geld drin. Nimm's und verschwinde. Ehrlich gesagt, ich will das hier gar nicht. Ich würde euch Leuten lieber helfen. Und trotzdem machst du's, oder nicht? Ich muss halt einfach... Nehmen Sie morgens Paket. So, okay. Okay, Karim. Ich hab das Geld von der Fährstation. Und ich komme ziemlich sicher in die Hölle. Willkommen im Club. Jetzt hol dir deine Belohnung ab. Gut gemacht. Handeln. Was hat denn hier Schönes? Boah, ey. Was kostet das? Was hat denn das alles? Hm... Müll werde ich jetzt kaufen. Hat er bloß eine, oder was? Okay, kann ich jetzt schon wieder... Die Würfe. Medikit. Okay, Medikit ist immer gut. So, bringen wir das eingesammelte Geld zum Stützpunkt. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir schauen uns aber in der nächsten Folge an. Weil es ist, glaube ich, ein ziemlich weiter Weg bis dorthin. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mir natürlich selber ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Wie ihr lustig seid, Leute. So, dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.